Herzlich Willkommen zurück, liebe heute ist eine neue Folge von Let's Play Super Mario Nein, natürlich nicht, Link's Awakening. Hahaha, der Sen ist mal wieder lustig. Yeah, das letzte Mal haben wir uns im Farbtempel, glaube ich, hieß er, ähm, verabschiedet. Dingo, und wo sind wir jetzt gerade? Immer noch im Farbtempel. Richtig, und da geht's jetzt auch weiter. Und alle sind tot. Dingo. Glaubt ihr echt, ich hätte den Knopf nicht gesehen? Glaubt ihr, ich bin so blöd? Ja. Ah. Ciao. Oh, fuck. Nein. Und hier gibt es noch eine Truhe. Was gibt's denn in der Truhe? Vielleicht die Karte, die hatten wir noch gar nicht. Ja, die Karte natürlich, den ist auch sehr viel am Ende. Hallo. OBS kann es mal auch von ganzer 10 zu nutzen. Hey. Hilfe. Ich bin aber nicht nett heute. So. Und fertig. Gib mir meinen Schlüssel. Yeah. Ich hab' meinen Schlüssel. Das hat aber sehr gut gemacht. Mhm. Gut, das geht ja alles. Jetzt. Ja. Ja. Im Gegensatz zu dieser Aktion. Wie bitte? Nix, nix. So, ich glaub' hier muss man das gleiche machen wie immer. Ja, das muss ein Viereck zeigen. Natürlich. Mitte. Ach. Einen Teil der Macht. Vielleicht gibt's dann gleich den Boss. Glaub' ihn gleich zerstören. Es gibt gleich den Boss Und mit dem Teil der Macht Das könnte vielleicht wehtun Was ist das denn? Alles gut, mir kann nix passieren Chroma-Quala Autsch, Autsch Autsch, Autsch Autsch, Autsch Autsch Der regeneriert Ablenkungsmanöver starten Das ist ne kritische Geschichte Oh fuck, das ist echt ein guter Ablenkungsmanöver Hab dich gleich Yes Yes Ja boy Und da haben wir jetzt auch schon den Farbtempel geschafft Aber gib mir die Fee Die ist sehr wichtig Was haben wir denn da? Oh, eine große Fee Sagt sie Feenkönigin Sei gegrüßt Unglaublich, dass du es bis hier geschafft hast Ich verleihe dir die Macht der Farbe Für den Angriff wähle Rot Für die Verteidigung wähle Blau Was möchtest du? David, was entscheidest du denn? Ich bin für Rot Also Rot Ich glaube, da machen wir doppelt so viel Schaden Und Blau Rot ist die Farbe der Liebe Dann nehmen wir Blau Wieso? Weil du eben nicht heiß bist Ja, aber da ist die Farbe die uns rote Herzen nehmen, was hängt Also nehmen wir Rot Ja, okay, dann nehmen wir Rot Dann nehmen wir Rot Möchtest du wirklich das rote Gewand? Rote Gewand? Okay Schließe deine Augen Dann müsste man es eigentlich krass selber machen Du musst deine Augen schließen Okay Äh, wenn du dich in alle ohne unsere Augen Du trägst das rote Gewand In alle unsere Augen Du trägst das rote Gewand Augenslesen Nein Sieh es nicht mehr Das mussten wir schon vor 10 Jahren schließen Echt Ja, egal Ich bin halt immer so spitt dran Du kennst das Yeah Aber wir haben jetzt zwei Ich bin scheinbar so viel Schaden Warte Keine, auf jeden Fall gibt es Knackback auf meiner Auf meinem Schwert Und hier hat er Ich hab ihn einfach Zerstört Dafür haben wir immer noch Verstört So Was machen wir als nächstes? Haben wir alles dort gemacht? Das weiß ich nicht mehr Wette ich eine gute Frage Vielleicht Schauen wir trotzdem Mal Ich flipp echt aus mit den Fledermäusen Das hättest du sehen sollen Das hättest du grad sehen sollen Mann All diese Viecher Ja, das haben wir alle schon gemacht Wie ist denn zu ihm gelaufen? Ja, was ist denn vor dem Haus the Das ist wer weiß mit so wenig Anlauf ich versuch noch einmal ne ich glaub das geht echt noch nicht es wird irgendwann so ein Teil geben so wie sie sind jetzt ist mir ein was du meinst ja was machen wir als nächstes keine Ahnung was ist dort in dieser Zone das möchte ich wissen das willst du wissen aber ich glaube da kommen wir auch nicht durch da haben wir auch dieses Problem vielleicht machen wir so ein Tempel weiß nicht sein einen nächsten Tempel ich könnte nicht mehr so schlecht sein da glaube ich gibt es einen da gibt es einen Teleporter da gibt es auf jeden Fall ein Tempel glaube ich weil hier braucht man einen Schlüssel dann gibt es ebenso Fische da glaube ich gibt es auch einen Tempel weil ich glaube das ist so dieser Masken Tempel so weil wir hatten ja den Schlüssel dazu das ist auch sicherlich ein Tempel ich weiß aber nicht wie man dort hinkommt ich weiß aber nicht wie man dort hinkommt dann gibt es eben den Tempel da oben weil dort ein Teleporter ist dann gibt es auch noch ein Tempel da und ich glaube das waren dann alle acht ja mit wem machen wir dann als nächstes weiter also dort weiß ich nicht wie man dort wirklich hinkommt vielleicht sollten wir den machen vielleicht sollten wir den machen entweder wir machen den dort weiß ich nicht wie man dort hinkommt ich glaube da muss man noch schwimmen das haben wir aber nicht entweder wir machen den den können wir machen wir schauen wie man den macht ich glaube die zwei anderen die kommen ja später viel später entweder das da das mit dem Wasser oder das mit dem Masken ich den Wasser keine Ahnung ich hab keine Ahnung was da die Einzelnen Wasser dann gehen wir einfach mal da hoch zu gehen I don't know Ach so Auch Aber das... man macht echt viel Schaden davor braucht man zwei Hände jetzt nur noch einen das ist doch praktisch aber was wir auch noch nicht getestet haben ist pfeil und bogen warte wie funktioniert ist ich glaube man muss nur so bleibt das ist echt nicht schlecht kann es da bleiben schau mal da braucht man eine schlüssel irgendeinen schlüssel brauchen wunderschlüssellochen was das zu bedeuten irgend so ein schlüssel da gibt es einen durchgang vielleicht kann man da durch natürlich kann man da durch aber ich weiß nicht ob man weiterkommt sieht nicht danach aus ich habe immer noch damit ich habe immer noch ich habe immer noch Hmm... Ich habe die Krott. Vielleicht irgendwie von da oben, ich weiß nicht. Was gibt's denn da? Nix. Was gibt's da? So, geht's weg. Nicht aufregen. Kann man da auch rüberspringen? Oh, da gibt's einen Herzfreund. Nein, da kann man nicht rüberspringen. Das ist eine sehr kritische Lage. Ja, sehr kritisch. Man hörte ich ja fast gar nicht. Was ist denn so los? Weiß auf jeden Fall jemand. So, ja, nee, ich bin grad bisschen abkühlen. So grad bisschen was. So, da will ich nicht durchgehen. Aber wo sind wir grad? Direkt da, wo wir eigentlich hinwollten. Ich glaub, da werd ich so runtergespielt. Da war ich noch nicht in dieser Höhle. Schauen wir mal. Verpiss dich. Weg. Weg. Ihr Ungeziefer. Ihr monströsen Dinger. Weg. Oh. Ist natürlich sehr praktisch. Was ist da oben? Ah, da kommen wir ja bei dem... Ich bin hinter dir. Denk nicht nach vorne. Tja, ich hab mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich so erledigt. Ich kann mich nicht bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Na, glaub ich war es eine Ananas. Hm, diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, ich gebe dir ein... Oh, dafür einen schönen Hibiskus. Das ist doch ganz... ...fuckig. Ich nenne die Hibiskus. Das finde ich doch gut. Ich fühl mich wie neu geboren. Cool. Aber trotzdem wissen wir nicht, wie es weitergeht. Merkt man, dass ich grad ein bisschen enttäuscht bin. Äh, eventuell ein klizik kleines bisschen. Ich habe schon heftig so, zweimal so viel Schaden zu machen. Äh, es ist kritisch. Was passiert, wenn man da durchgeht? Autsch. So wie eine Mauer wäre. Gefällt mir hier so gar nicht. Deshalb kommen wir nicht weiter. Wir sind bei M15. Dann schauen wir noch mal ganz kurz. Vielleicht finden wir noch was. Wenn nicht, dann... Dann suchen wir im nächsten Part weiter. Ich geh noch mal rüber. Vielleicht bin ich dann etwas. Wenn nicht, dann... Ach, wir finden bestimmt nur was. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Uh, es funktioniert sogar. Was denn? Ich kann nicht mal so ein Programm ein Live-Set ansehen. Ich will nicht wissen, wie oft ich durch Fledermäuse und diese Dinger runtergefallen bin. Warum kann man mit einem Stein runtergehen und hoch? Warum? Warum? Weil man es kann. Gib mir Äpfel. Du hast einen grünen Apfel erhalten, die füllen Herzen besonders gut auf. Nice. Man muss die Logik dahinter nicht verstehen, dass grüne Äpfel mehr Herzen geben als roter Äpfel. Schölder nicht mehr so einfach hinweg. Uff, uff, uff. Autsch. Du, 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 du du. Autsch. 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 Hhhh. Hhhh. so also wir finden nix ist nicht schlimm jetzt ist die Frage, wenn wir drüber nachdenken wieso finden wir nix aber egal jetzt haben wir doch ein paar Party gemacht das mal so, Sam was ist deine Meinung? das sehen die gerade nicht ist mir egal hast du irgendeine Meinung? ich werde dich noch nicht sagen, da wir noch nicht mal bei der Hälfte des Spiels sind deswegen, ich werde sie vielleicht erst zur Hälfte sagen, aber im Moment noch nicht derzeit im Moment noch nicht das halten wir fest und damit herzlichen Dank für's Whozone Dankeschön und dieser Folge von Link's Awakening morgen geht's weit, heute geht's keine Ahnung wir machen irgendwie zwei, drei Part am Tag oder doch jetzt ein bisschen daheihängen weil die, die wir gemacht haben im ersten Mal wieder all die rauspfeffern müssen damit wir ein bisschen die Menschen soweit sind für das Projekt also macht's gut liebe Leute bis zum nächsten Mal und ciao 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 ouch 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 Untertitelung des ZDF, 2020